Guten Morgen, Kasper. Wie laufen die Vorbereitungen für die Dokumente? Darf ich dich zu einer Tasse Kaffee einladen? Lieb von dir, Timo, tut mir leid, aber ich bin momentan total im Stress. Heute Abend passt es mir besser. Kasper hat vor einem Gespräch mit Timo Angst. Wie soll er ihm sagen, dass er die künstlerische und finanzielle Zusammenarbeit mit ihm beenden möchte? Als Kasper sein Studium an der Kunstakademie begann, lernte er Timo kennen. Er ist etwas kleiner als Kasper und hat helle, glatte Haare. Er sieht sportlich aus und bewegt sich elegant. Er lächelt immer. Er hat im rechten Ohr einen kleinen goldenen Ring. Timo spricht sehr gut Französisch. Er war am Anfang für Kasper eine große Hilfe. Nächte lang haben sie in Timos Junggesellenwohnung über Gott und die Welt diskutiert, über Kunst, Musik, Theater und über den Wunsch von Timo, eine eigene Galerie zu besitzen. Kasper hielt sich gerne in der Wohnung seines zwei Jahre älteren Freundes auf. Besonders gut verstand er sich mit Da Vinci, einem wunderschönen rotbraunen Kater, den Timo aus dem Tierheim geholt hatte. Kasper fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Er hat das Gefühl, dass er seit einigen Jahren in seiner Arbeit keine Fortschritte mehr macht. Gerade die Gespräche mit ausländischen Künstlern machten ihm deutlich, du musst nach neuen Wegen, neuen Möglichkeiten suchen, dich erneuern, in eine andere Stadt ziehen. Routine kann tödlich sein. Es fällt Kasper schwer, Timo in die Augen zu sehen. Er sieht an ihm vorbei. Die beiden Männer schweigen. Timo wird ungeduldig. Irgendetwas stimmt nicht. Kasper ist anders als sonst. Timo, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dir sagen … Kasper schwitzt. Mit einem Taschentuch wischt er ein paar Schweißperlen von seiner Stirn. Timo ist ratlos. Was hat das alles zu bedeuten? Was will ihm Kasper sagen? Schon seit mehreren Tagen hat Timo den Eindruck, dass Kasper sich ihm gegenüber merkwürdig verhält. Bis heute hat er geglaubt, dass der Grund dafür die Vorbereitungen für die Kunstausstellung seien. Fragend blickt er Kasper an. Es ist an der Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren zusammen. Eine lange Zeit. Wir kennen uns gut. Vielleicht zu gut. Timo, ich habe die Absicht, in Zukunft mit einem anderen Galeristen zu arbeiten. So, jetzt ist es heraus. Timo wird weiß im Gesicht. Tausend Gedanken gehen durch seinen Kopf. Er kann, er will nicht glauben, dass sein Freund ihn einfach so fallen lässt. Ein Wort nimmt Besitz von Timo. Rache. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 4. Guten Morgen, Kasper. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 5. 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 Kap Ich kann dir eine Tasse Kaffee einladen. Kann ich dich auf eine Kaffee пригласen? Lieb von dir, Tima, tut mir leid, aber ich bin momentan total im Stress. Milo, von dir, Lieb von dir. Milo, von dir, Tima. Мне очень жаль, но я в данный момент, momentan, полностью как бы в стрессе. Heute Abend passt es mir besser. Сегодня вечером мне подходит лучше. Сегодняшний вечер мне подходит лучше. Kaspar hat vor einem Gespräch mit Tima Angst. Kaspar боится разговора с Tima. Angst vor etwas haben. Значит, иметь как бы страх, да, перед чем-то, то есть чего-то бояться. Wie soll es ihm sagen? Dass er die künstlerische und finanzielle Zusammenarbeit mit ihm beenden möchte. Как должен он ему сказать, что он художественное, künstlerische, художественное и финансовое, zusammenarbeit, это сотрудничество, финансовое сотрудничество, с ним хотел бы, мёхте, хотел бы прекратить. Beenden. Als Kaspar sein Studium an der Kunstakademie begann lernte et Timo kennen. Когда Kaspar начал свое обучение в художественной академии, он познакомился с Timo. С Timo. Kennenlernen. Да? Знакомиться. Er ist etwas kleiner als Kaspar und hat helle, glatte Haare. Он немного меньше, имеется в виду по размеру, по росту, ниже, чем Kaspar. И у него светлые, гладкие волосы. Er sieht sportlich aus. Он bewegt sich elegant. Он выглядит спортивно и движется elegantно. Er lächelt immer. Он всегда улыбается. Er hat im rechten ohr einen kleinen golden ring. Он носит, имеет, да, перейдем красиво, носит в правом ухе маленькое золотое колечко, кольцо. Timo spricht sehr gut französisch. Timo разговаривает очень хорошо на французском. Очень хорошо знает французский. Er war am Anfang für Kaspar eine große Hilfe. Вначале он был для Kaspar большой, как большой помощью, да, то есть большой поддержкой для Kaspar. Нächte lang haben sie im Timo's jünggesellenwohnung über Gott und die Welt diskutiert. Über Kunst, Musik, Theater und über den Wunsch von Timo eine eigene Galerie zu besitzen. Значит, lecht lang, целыми ночами они разговаривали или вот дискутировали, да, в jünggesellenwohnung. Интересное слово. Прочитаем сноску. Wohnung eines Mannes, der nicht verheiratet ist. То есть, жилище, квартира мужчины, который не женат. То есть, jünggesellenwohnung – это квартира, холостяцкая квартира. Так вот, целыми ночами они с Timo дискутировали в его холостяцкой квартире о Боге, Gott и о мире, о искусстве, музыке, театре и о желании, ну, разговаривали о желании Timo иметь свою собственную галерею. Kaspar hielt sich gerne in der Wohnung seines zwei jahre älteren Freundes auf. Значит, Kaspar остается, находится с удовольствием в квартире своего на два года более старшего друга. Seines zwei jahre älteren Freundes на два года более старшего друга. Besonders gut verstand es sich mit Da Vinci, einem wunderschönen rotbraunen kater den Timo aus dem Tierheim Tierheim geholt hatte. Особенно хорошо понимает, ну, как бы, понимает, verstand es sich, он хорошо себя ну, как, понимает, да, хорошо себя, значит, вот так подружился, грубо говоря, с Da Vinci, прекрасным, рыжа-коричневым котом, которого Timo взял из Tierheim. Tierheim – это приют для животных, из приюта для животных. Kaspar fühlt sich nicht wohl in seine Haut. Значит, Kaspar, ну, давайте, перейдем на чемол дословно, Kaspar чувствует себя нехорошо в своей коже. Ну, так, немножко художественно, то есть, он себя, мы говорим, чувствует себя плохо в собственной шкуре. Ну, тут, фактически, да, то же самое. Haut – это кожа, вот шкура тоже, да, в своей шкуре чувствует себя плохо. Обычно мы так говорим, когда что-то плохое мы сделали, да, или что-то, что-то, ну, вот, в данном случае ему предстоит неприятный разговор, поэтому он себя чувствует нехорошо. Er hat das gefühl, dass er seit einigen Jahren in seine Arbeit keine verschritte mehr macht. Un, у него есть чувство, что он вот уже несколько лет в своей работе не делает как бы успехов. Fortschritt – это прогресс, улучшение, то есть он не делает, нет у него улучшения, нет у него прогресса. Gerade die gespräche mit ausländischen künstlern machten ihm deutlich. Du musst nach neuen wegen, neuen Möglichkeiten suchen. dich erneuen in eine andere Stadt ziehen. И вот уже разговоры с иностранными художниками сделали ему, ну, показали ему четко, что ты должен искать новые пути, новые возможности. мёг легка это новые возможности. dich erneuen себя как бы обновлять, то есть обновляться. В переехать, например, в другой город. Routine kann tödlich sein. Routine может быть смертельна. Ну, имеется в виду, конечно, не физически смертельна, а как для художника смертельна, для его творчества. Es sieht an ihm vorbei. Он смотрит мимо него, то есть мимо человека, куда-то вбок. Die beiden Männer schweigen. Oba мужчины молчат. Tima wird ungeduldig. Tima становится нетерпеливым. То есть у Tima кончается терпение. Irgendetwas stimmt nicht. Что-то не так. Etwas nicht stimmt, то есть что-то здесь не так. Kaspar ist anders als sonst. Kaspar другой, ну, сегодня какой-то другой, чем обычно. Tima Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dir sagen. Kaspar schweizt. Tima мне нелегко это сделать. Es fällt mir nicht leicht. Мне нелегко это сделать, но я должен тебе сказать. Kaspar потеет. Mit einem Taschentuch wischt er ein paar Schweißperlen von seine Stirn. платком mit einem Taschentuch платком он вытирает пару, ну, несколько капелек пота со своего лба. Tima ist ratlos. Tima растерян. Was hat das alles zu bedeuten? Что все это должно значить? Was will ihm Kaspar sagen? Что ему хочет сказать Kaspar? Schon seit mehreren Tagen hat Tima den Eindruck, dass Kaspar sich ihm gegenüber mehrkwürdig verhält. Уже в течение нескольких дней у Tima есть подозрение, у него есть Eindruck, у него есть такое чувство, как бы, да, у него есть такое, что Kaspar по отношению с ним ведет себя как-то странно. Mehrkwürdig. Сноска anders als das normale. То есть ненормально. Ведет себя как-то странно. Bis heute hat er geglaubt, dass der Grund dafür die fürbereitungen für die Kunst ausstellen sein. До сегодняшнего дня он думал, он верил, он думал, что причина этому является подготовка к художественной выставке. fragend bliekt er Kaspar an. Fragend это вопросительно, но вопросительно смотрит он на Kaspar. Es ist an der Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Пришло время, это то время, чтобы наши пути разделились. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren zusammen. Wir работаем вместе уже почти 20 лет. Eine lange Zeit. Значит, долгое время. Wir kennen uns gut. Wir знаем друг друга хорошо. Vielleicht zu gut. Возможно, слишком хорошо. Timo, ich habe die Absicht in Zukunft mit einem anderen Galeristen zu arbeiten. so yet ist es heraus. Timo, у меня есть намерение, у меня есть идея, намерение Absicht в будущем работать с другим галеристом. Я думаю, друзья, что у нас тоже мы используем такое слово галерист. Я, честно говоря, не знаю, что это обозначает. Скорее всего, тот, кто владеет галереей, где можно выставлять свои работы художника. Итак, как бы, so ist es heraus. Давайте посмотрим сноску. Es ist gesagt, то есть сказано. Итак, jetzt, сейчас, как бы, то, что надо, сказано. Timo wird weiß im Gesicht. Timo бледнеет, wird weiß, то есть становится белым. у него бледнеет лицо. Tausend Gedanken gehen durch seinen Kopf. Тысяча мыслей проносятся, проходят, да, через его голову. Er kann, er will nicht glauben, dass sein Freund ihm einfach zu fallen lässt. Он не может и не хочет верить, что его друг его так просто fallen lässt, то есть его так просто бросает, так просто его отказывает в поддержке. Sein ein Wort nimmt Besitz von Timo Rache Одно слово как бы завладевает nimmt Besitz завладевает Timo Rache Mесть. Вот такая, друзья, у нас была четвертая глава. Советую послушать вам еще раз аудиоверсию, разобраться до конца. Ну а мы встретимся с вами совсем скоро на пятой главе. Всего хорошего вам, друзья. Пока-пока.